Hallo! Deine Kleidung passt einfach nicht zu dir. Zieh dich erst mal um. Okay. Ja, Hammer! Da haben wir doch ein bisschen hier von links abgeguckt. Von, wo war denn das jetzt? War das jetzt Risen oder Gothic 3? Ich glaube es war Risen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR